Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rust. Heute ist wieder mit dabei der Pox. Hallöchen. Ja, der Pox ist wieder da, dafür fehlt der Kami. Ich glaub der ist kaputt. Also die tauschen sich irgendwie, die tauschen immer so, mal ist der Pox da, mal der Kami. Ne, der Kami, der liegt halt krank im Bett, was er jetzt genau hat, keine Ahnung, Pest, Cholera. Folleritis. Folleritis, okay. Okay, der Pox, der wollte sich eigentlich gerade noch ein Sleeping Bag machen, ich weiß gar nicht, wo er den hinpacken wollte. Für den Sleeping Bag brauche ich erst Holz und... Ist doch alles hier oben, in Massen. Nein, ich möchte meine Leiche wiederfinden. Ich bin doch hier irgendwo hingelaufen und bin dann gestorben vor der Aufnahme. Gut, soll ich dich mit Bogen unterstützen? Also ihr seht, es gab wieder mal ein riesengroßes Update und... Gab's das? Ich hab jetzt hier mal... Ja, es gab wieder ein Update. Ja, hier sind jetzt die Metalltexturen mal, man kann sie so ein bisschen sehen. Holz, Stein, das kennt ihr ja alles schon. Die Kisten kann man nicht mehr übereinander stapeln, wie in der letzten Version. Und, ähm... Kommen wir mal zum HOD, beziehungsweise zum User Interface. Ihr seht, Holz hat sich verändert. Bööö, Moment mal. Ich hab kein Holz, nein! Äh, vielleicht nehm ich einfach den Baum. Hat sich so gesehen hier alles geändert. Ja, die ganzen Grafiken haben sich komplett geändert. Man sieht es schon an der Fackel, man sieht es, äh, an den Bone Knives. Wo ist das Papier? Ganz wichtig, das Papier. Da war nämlich der Pox ganz überrascht. Ja, das Papier sieht jetzt nach Papier aus, man will es nicht glauben. Ja, das Papier sieht aus wie ein Glas Papier. Genau. Ja, vierten Seite. Ähm, das Campfire. Also es sind jetzt alles mehr so künstlich, also so gezeichnete Objekte, statt vorher so, äh, aus dem Spiel rausgeschnittene. Ja, genau. Also es sieht jetzt ein bisschen aus einem Guss aus. So. Und ja, wir haben uns hier schon mal so ein kleines Fort gemacht, beziehungsweise, ähm, hab ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Der Pox, der kam ja später dazu. Ist auch nicht so weiter schlimm. Und jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, wo sich der Pox denn hinverkrümelt hat. Na, ich lauf hier, ich suche nur den Eingang. Nein! Wo hast du den versteckt? Ja, hier, von dem Dings da. Wo bist du jetzt? Du warst doch da, oder? Hier bin ich. Der Eingang ist doch hier. Wo? Kennst du hier? Oh, hier ist der Eingang. Ach, verdammt. Da bin ich einfach vorbeigelaufen drin. Ah! Soll ich noch ein Schild machen, so, damit das jeder auch findet, ne? Eingang. Also aufschließen brauchst du es nicht extra. Das ist, also locken können wir es schon noch, ne? Wir haben jetzt mal die Schlüssellock-Variante. Das Problem ist, ich hab meinen Schlüssel verloren beim letzten Mal. Oh, da kommst du jetzt gar nicht mehr raus. Na toll. Danke, sehr freundlich. Ja, ja, kein Ding. Dann mach ich's auf. Locker ist und dann kannst du, glaub ich, ein Schlüssel... Rename Sleeping Bag. Den nenne ich natürlich wieder Günther. Winnie! Weil, wie auch sonst. Und ich geh jetzt mal ganz kurz auf Jagd, denn beim Kami habt ihr es ja schon beim letzten Mal gesehen. Da gab's jetzt die, äh, schönen, neu... Oder man konnte jetzt besser mittlerweile mit dem Bogen zielen. Echt? Oh nein, dann geh ich jetzt nochmal rein und hol den Bogen. Haben wir irgendwo Pfeile? Kannst du schnell herstellen. Ein bisschen Stein, ein bisschen Holz hast du das. Okay. Dann sind teilweise neue Biome oder neue, ähm, Varianten der Umgebung jetzt mit eingebaut worden. Also, ihr seht da hinten zum Beispiel, da hinten, so eine Art Stonehenge, beziehungsweise nicht Stonehenge selber, sondern einfach so... Birge. Oh, verdammt. Ich stell gerade fest, meine Stonehenge ist, äh, kaputt gegangen. Ich bin total verwirrt. Wieso? Pfeile einfach, weil ich's kann. Das weißt du doch. Weil du der Pox bist, ne? Ja. Ansonsten für den Pox ist das jetzt ja alles so gesehen Neuland. Ja? Weil der Pox jetzt, äh, zwei Wochen, zwei Wochen nicht dabei war. Und lieber Pox, wenn dein Inventar voll ist und du trotz alledem weiter zum Beispiel Holz abbaust, ne? Ja. Dann wird das ganze Holz komplett vor dir mit Säckchen gelagert. Das ist jetzt neu. Haben wir denn irgendwo Steine noch? Äh, ich hab gerade welche im Inventar. Ich baue hier gerade welche ab. Okay, ja, dann... Dann komm ich selber raus. Problem ist bloß, ich hab jetzt schon die zweite Stonehatchet kaputt, weil mit Stonehatchet solltest du keine Steine abbauen. Ja, mit dem Stein? Das ist ja. Äh... Du brauchst, du brauchst Steine, ne? Ich brauch Steine, ja. Also für die Pfeile halt. Zack, da. 29 sollten reichen. Weiß ich nicht, gucken wir mal. Ähm, ein Tab. Oh, da vorne, da... Da vorne ist ein Bär, passt sich, auf der Straße. Hä, was? Ich bin hinter dir. Warte mal, du tutschst das her. Wooden Arrow immer weiter nach oben, das ist doch nervig. Und jetzt ist er ganz weg. Achso, jetzt hab ich kein Holz mehr. Na gut. Ähm... Oder wolltest du erst deine Sachen da holen? Keine Ahnung. Mann, da ist der Bär. Wo? Da vorne. Oh, der leckt vor sich hin, cool. Ja. Komm her, Teddybär. Und hier warst du wahrscheinlich, äh, deine Sachen holen, ne? Keine Ahnung, ich war in irgendeinem Baum. Wollt ein bisschen Holz abbauen. Wart mal, nö. Oh, das war voll daneben. Hey, blöder Bär, komm her. Kannst du auf den Bären jagen? Ja, ich möchte jetzt... Das bin die Puh in Ruhe. Ich bin die Puh, komm her. Oh Gott, jetzt ist der auch noch hier so blöd im Schatten. Du doofes Tier, komm jetzt her, Mann. Komm her, komm. Jetzt greifen sie... Oh, ich hab ihn getroffen. Oh, 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 oh. Ach, du hast ihn getroffen. Ja. Er ist schon tot. Ich hab ihn getroffen. Oh, meinen Pfeil, den sammle ich wieder ein. Komm, bitte, den möchte ich haben. Du hast den Bär getötet. Ja, und? Ich wollte ihn doch nur ärgern, nicht töten. Oh, guck mal, da hinten hat sich jemand die Höhle ausgestattet. Sekunde. Okay, jetzt was? Höhle? Oh, da leuchtet das in der Höhle. Da gucken wir mal rein, komm. Ah. Genau, gehen wir mal hin. Höllenforscher, Indiana Jones. Ich weiß gar nicht, äh, ich glaub, ich nehm mir doch lieber den Pfeil und Bogen in die Hand. Hm, da hast du recht. Ähm, da hat sich nicht nur jemand die Höhle ausgestattet. Das ist auch der Turm, wo wir vorhin gesagt haben, wie geht das? Das können wir ja gleich mal ergründen. Ja. Da links wird dann ein Reh gejagt. Was? Links wurde gerade ein Reh gejagt von einem Wolf. Ach so, ja, dann. So, ein bisschen hier, guck mal, da vorne ist auch eine Kiste. Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Du hast schon alles. Nein? Nein, ich hab noch nicht alles. Ich hab noch nicht alle Blueprints. Also, man muss sagen, Droh hat mir heute vormittag schon irgendwann geschrieben und jetzt ist es halt einfach abends um acht. Boah, Explosives als Blueprint. Boah, Dynamit. Dynamit. Ähm. Brauchen wir nur noch das Grundgerüst, ja? Ja, also Droh hat mir heute vormittag schon irgendwann geschrieben und seitdem ist er hier, glaub ich, am Spielen, hab ich das Gefühl. Nö, nö. Ich hab so eine halbe Stunde gespielt. Ehrlich nicht in seine Facecam gucken und wie fertig der schon ist. So zwei Stunden spielen, äh, zwölf Stunden spielen und tot und... Welche Facecam? Du hast hier keine Facecam in dem Spiel? Nein. Okay. Hab ich schon jetzt, seitdem ich das eine Mal krank war, nicht mehr. Hm, ich weiß den Code. Guck mal. 7, 7, 7. Nein, doch nicht. Verdammt. Eine Metalltür. Aber das sieht cool aus, auf jeden Fall. Oh, verdammt. Komm nicht runter. Komm nicht runter. Hält. Box, du weißt schon, dass wir jetzt hier nicht mehr hochkommen. Wer baut sowas? Oh. Was? Ich bin voll in meine Axt gesprungen. Ich hab gerade voll auf die Nudel gehauen. Können wir das Ding da oben abbauen? Nein. Gar nicht. Ähm. Super. Jetzt könnt ihr uns noch fünf Minuten lang dabei zugucken, wie wir hier... Warte mal, die Foundation, kann man die abbauen? Nein, man kann die eigenen... Aber die haben hier auch kein Building blockt oder sowas, ne? Nee. Hast du nichts dabei, dass du hier ein Foundation reinstellen könntest oder sowas? Guck mal. Nee. Ich hab zwar was dabei, aber ich kann hier keine Foundation reinstellen. Na. Das ist schlecht. Das ist uncool. Komm, wir töten uns gegenseitig. Nee, warte, Box. Ich hab ne Idee. Halt. Du hast ja... Du hast... Du hast einen Schlafsack, ne? Ich hab einen Schlafsack. Ähm. Äh, ja. Irgendwie sterb ich nicht. Du auch nicht. Äh. Coole Falle. Hm, nein! Adminhilfe! Nein, ich will hier raus! Oh, nein! Jetzt müssen wir ja noch... Weißt du, wir können nicht mal mehr... Irgendwie so... Hungersnot oder so. Geht ja auch nicht. Wie? Doch. Du bist vollgefressen bis zum Gehtnichtmehr. Achso, ja. Ich verhungere jetzt am... Ich hab Schaden bekommen. Warte, bleib da, bleib da. Nein, ich bin fast tot. Hör auf. Ja, doch um hier. Ich kann mich dann zu dir porten. Ja. Mach ich ja. Ich spawn jetzt den Günther. Ich bin den Günther gespawnt. Yay! Sammle aber erst mein Zeug auf, bevor du zu mir kommst. Okay. Okay, Stoff kann ich einsammeln. Das lohnt sich noch. Aber der Rest... Ja, keine Ahnung. Obwohl die Pfeile noch. Okay. Und mein Bogen vielleicht auch. Der ist weg. Wie, der ist weg? Achso, den hatte ich in der Hand. Na, der müsste unter mir liegen. Musst mal gucken. Handenbruch, da ist auch gut. Dann kann ich jetzt zu dir porten. Ja, dann mach mal. Was für ein Chaos. Ach ja, komm schon. Aber hey, ich kann den Blueprint lernen. Na toll. Ja, dann mach mal. Du bist doch da reingefallen. Ich hab gesagt, spring nicht hinterher. Ich bin abgerutscht. Ah ja. Der Sprung, ich bin abgerutscht. Warte, jetzt gucke ich erstmal Explosives. Das ist erstmal das, um das Dynamit, beziehungsweise um die Gunpowder, Sulfur. Also Explosives können wir schon basteln. Aber, ähm, was wir nicht können, hast du auch mal den TPA angenommen? Ja, hab ich. Ach, nein, warte. Ja, dann mach nochmal. Das ist halt jetzt zu spät. Ja, darfst, kannst ja nochmal. Ja, zum Glück kann man hier auf diesem Server mehrmals. Nimm an. Ich war, das geht nur auf, äh, Ground Level und ich stand irgendwo oben drauf. Ja, hatte ich ja gesagt. Ähm, haben die die kompletten Texturen von dem Spiel überarbeitet? Entschuldigung, dass ich jetzt schon ins Wort falle, aber das Gras sieht so grün aus. Ja. Nicht mehr so ausgewaschen und, ähm. Oh! Wo bin ich? Äh, keine Ahnung, wo du bist. Aber du tanzt. Okay, okay. Hey. Hey, ich lebe. Weil du meine Atem bist. Bin müde. Äh, keine Ahnung. Okay, fixierst deinen Bogen. Was? Wo? Oh, hier. Ich brauche eigentlich nur meinen Bogen und meine Pfeile. Ja, ich gebe dir doch schon. Hui. Gib mir. Meine Pfeile, Hälfte, Hälfte. Ähm, hattest du noch irgendwas? Oh, hier, Klamotten, damit du dich endlich mal anziehen kannst. Oh ja, wenn du das hättest, so. Also, Stoff, so. Oh, das Sulfu-Uhr sieht jetzt echt nach Sulfu aus. Also, das erkennst du auch auf den ersten Blick. Keiner Steinblock, okay, gut. Ja, close habe ich jetzt genug. So. So. Also, wir machen heute auch eine klitzekleine längere. Was, machen wir das? Ja, dass du mal ein bisschen was siehst. Ich sehe eigentlich alles. Wege kennst du ja schon, ne? Warte mal ganz kurz, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, sexy siehst du aus. Sexy, sexy, sexy. Ja, keine Ahnung. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich das oder das andere T-Shirt mache, aber diese Hide-Rest ist bestimmt besser als das andere. Deswegen. Ich möchte ganz kurz mit dir nur schnell ein neues Feature suchen, mehr nicht. Ein Feature suchen? Okay, dann gehen wir Feature suchen. Hey. Hey, Feature, wo bist du? Feature. Es soll ja als nächstes auch so ein Update kommen, dass das Gras hier, so wie man es hier jetzt schon sieht, ne? Ja. Verschiedene Farben haben soll, aber halt noch intensiver das Ganze. Mir gefällt das grüne Gras, da kriege ich echt Hunger. Oh, und ich sehe meine erste Straße. Nein. Grünes Gras kriege ich Hunger, keine Ahnung warum. Liegt vielleicht auch daran, dass ich heute noch nichts gegessen habe, aber hey. Okay, da vorne haben wir schon mal ein neues Biom. Gucken wir uns das erstmal ein bisschen näher an. Neues Biom? Wobei, es gibt neue Biome? Also neue Bereiche. Ein Biom, nur aus Stein, würde ich jetzt nicht, ne? Yay. Tatsächlich. Aber hier, sowas wollen sie halt jetzt hier auch mit einführen. Ich weiß gar nicht, bis hinter mir, ja. Ja, ja. So eine Steine, äh, Ecke, wo halt hier, ne? Du rein theoretisch richtig geil dir auch eine Festung aufbauen könntest, hier drin. Und schön um die Ecke snipen könntest. Ja, wäre auch cool. Okay, wir müssen aber einen Berg hoch. Ich weiß, es ist auf dem Berg das neue Feature. Oh, verdammt. Teddy Bär! Nicht nur einer. Wow. Hat sich der gerade geklont? Das ist so ein kleiner Bug noch. Dass Bären sich klonen, da hinten war noch einer. Da hinten ist ein Nest von Bären. Ähm, ich bin mir fast sicher, dass die nicht in Nestern wohnen, aber... Ach, Mann, ein Rudel. Hey, Gary. Passt schon. Ich kriege ihn noch. Jetzt nicht. Löde Vieh. Wo ist der? Ah, da. Oh, verdammt. Hä? Wo rennt der hin? Zu mir! Ach so. Er ist tot. Blutet man jetzt gar nicht mehr, oder haben die das hier einfach nur auf dem Server ausgeschalten? Das kann ich dir jetzt aktuell gar nicht sagen, ob sie das ausgeschalten haben. Ja, aber... Sieht fast so aus. Ja, cool. So wie wir hier die Bären töten, so noch ein paar EP oder so, ne? Oh, ja. Aber für was? Ja. Okay. Also das ist das neue Biom, oder das ist ein neues Biom, oder was meinst du? 1 zu 9. 1 zu 9. 1 zu 9, genau. Okay. Jetzt suche ich aber noch... Wir müssen zu einem Fluss. Ah, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Schon wieder. Ah. Ah, nicht auf mich. Nein, der geht auf mich. Ich habe ihn zuerst getroffen. Die leben hier nicht lange irgendwie. Bei Schüssel mit einem Bogen? Was erwartest du? Naja, also wenn du Pfeil und Bogen hast und wenn die jetzt in der Start-Blueprint-Dings drin ist, dann hast du eigentlich kein Problem mehr damit, oder? Ja, aber du musst erstmal einen töten ohne Pfeil und Bogen, weil du brauchst nämlich Stoff. Hm, das wird schwer. Genau. So, ne, es gibt mittlerweile jetzt auch neue Gebäude bzw. Objekte. Ja, lass dich drüber. Da hinten sind Kisten. Da hinten sind Kisten. Wo bist du? Wo bist du? Achso. Ich bin noch hinter dir. Ach, da. Wir sind nebeneinander gelaufen, deswegen haben wir uns nicht gesehen. Ist eine Tonne. Die rote ist meine. Okay, ich nehme die weiße. Ich meine, das Ding überhaupt rot ist, aber naja, komm schon. Verrostete. Genau. Ne, ähm, zum Beispiel jetzt eine Brücke über einen Fluss. So eine richtig schöne Brücke mit, ähm. Ja. Blender und allem drum und dran. Oh. Achso, das, was? Oh, ich hab was für dich und für mich. Ich hab ne Medical Syringe. Warte, ich hab was für dich? Ja. Damit kannst du besser Steine abbauen. Savage Ice Pickaxe. Okay. Mal gucken. Schade, ne. Hier ist es jetzt nicht. Ist nur ein kleiner See. Das Wasser sieht auch ganz cool aus, finde ich. Haben die da nochmal die Farbe geändert? Ja, die haben ja so ein bisschen was angepasst. Also, wie gesagt, du warst jetzt zwei Wochen nicht mit dabei. Ja. Ich hab auch das Spiel so nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich positiv überrascht von dem Ganzen hier. Das Wasser gefällt mir echt gut. Auch wenn es meinen Frames nicht so gefällt, aber, naja. Naja, das haben wir reingestellt. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir jetzt noch das Letzte. Mal gucken, ob ich das jetzt noch irgendwie vielleicht finde. Ja, funktioniert das ja. Ja, genau. Ich zeig dir einfach mal den Effekt in der Wüste. Rennen wir mal in die Wüste. Doch, da hinten ist es. Ha, ich hab's gefunden. Was denn? Das kannst du gleich sehen. Gibt's jetzt Fata Morganas in der Wüste? Äh, nein, aber einen Burgerladen. Oh, cool. Ich mag Burger. Ja, der Einzige, der darin arbeitet, bisher den ich kenne, das ist der Kami. Der war, glaub ich, zu lange in der Wüste, oder? Kann das sein? Genau. Ja, dann. War halt unsere Route 66, die hab ich jetzt hier bisher leider nicht entdeckt. Aber hier, merkst du das am Rand? Da drüben ist sie. Guck mal, da so leicht links, äh, rechts. Was? Da ist diese Straße durch die Wüste. Ihr habt's mir schon erzählt. Oder Kami zumindest hat's mir erzählt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer von euch beiden das war. Ähm, nee, also zwar, die Server wurden ja in der Zeit schon wieder zweimal neu aufgesetzt. Ja, aber trotzdem da drüben, das sieht doch fast so aus. Äh. Ist das eine Straße? Ja, da hinten ist eine Straße, aber... Ist das jetzt schon der Wüste-Effekt hier, dieses Verschwommene, links und rechts? Und nicht nur das, es kommt jetzt noch viel cooler. Okay. Und zwar, die haben ja die Straßen eingefügt, ne? Ja. Oder eingeführt. Und jetzt hast du hier das Neue, was es gibt. Jetzt neu, live und in Farbe. Blau ist Wasser. Nur Wasser, guck dir mal genauer hin. Ne Quelle, oder was meinst du? Ich weiß nicht. Ach, die Strömung. Die Strömung, weil, da vorne... Der See ist, aber die reißt einen noch nicht mit, oder? Sehe ich das richtig? Äh, noch nicht. Guck mal, da oben die Quelle ist auch ganz schön, finde ich, irgendwie so, ja? Das meine ich nämlich. Die haben nämlich jetzt diese Technik, die sie bei der Straße angewendet haben, haben sie jetzt auch hier bei den Flüssen angewendet. Und deswegen, äh, musste ich das jetzt einfach mal zeigen, weil ich es einfach geil finde. Ja, das ist echt extrem cool, finde ich. Ja, das macht das Ganze nochmal authentischer. Das heißt, du hast jetzt nicht nur Straßen, wonach du dich orientieren kannst, du kannst dich auch nach den Seen orientieren, beziehungsweise auch an den Flüssen. Auch dieser Wasserphysikeffekt ist extrem cool, weil die Strömung geht ja halt echt nur in eine Richtung und dann kannst du sagen, ja... Ich frage, ob er das richtig berechnet, ne? Ach so. Naja, ich meine, jetzt ging sie bergab in Richtung See. So, jetzt gucken wir mal, hier ist ein Eber. Normale Geschwindigkeit läuft da. Also du kannst ihm zwar nicht hinterherlaufen, aber er läuft in normaler Geschwindigkeit. So, wenn du dann wie aus der Wüste raus bist... Vor allem läuft er im Kreis. Äh, ja. Bisschen KI, ne? Sprich weiter. Wenn du aus der Wüste raus bist, hast du halt auch den Effekt wieder weg und da vorne ist ein Red Town. Wunderbar. Jetzt gucken wir mal, weil es gibt ja jetzt... Oh, guck mal, hier. Verwüstete Lande. Biss? Vorne. Total ausgetrocknet, dürres Land. Cool. Ja, kann man so... ...nehmen. Hier haben wir dann auch wieder eine Straße. Die müsste dann eigentlich zur Red Town führen. Sicher? Ja. Straßen führen immer von Red Town zu Red Town. Ach so. Ja, okay. Aber wir müssen die Straße nicht benutzen, weil das Red Town ist da. Ja, da... Richtig, die Straße kreuzt da hinten. Beziehungsweise die Red Town. Gucken wir mal, was wir da entdecken und was wir finden. Ähm, ich werde höchstwahrscheinlich sterben in der Red Town. Nö, wirst du nicht. Wenn sie nicht... Also es gibt ja jetzt zwei Radioaktivitätsstufen. Es gibt einmal die normale Radioaktivität und es gibt die giftige Radioaktivität. Okay. Auch neu angeführt. Okay. Und das wollte ich jetzt nämlich gerade mal gucken, wie stark sich das jetzt auswirkt, weil ich bin ja komplett vollgefressen. Ja, bin ich mal gespannt. So meine HP. Äh, das ist eine Einbahnstraße, da dürfen wir nicht rein drohen. Do not enter. Äh, das ist Radiation Poisoning. Oh, Tatsache. Aber hier sind so viele... Oh, cool. Ja, da musst du einfach reingehen. Hazmat Boots. Komm schon. Moin Water Bottle. Geh kaputt. Ich hab ne Headshot. Ich hab ne Headshot. Normale Headshot? Ich glaube, ich muss hier raus. Ja, dann raus da, komm. Ah, nein, ich will den... Da war nix drin, toll. Verdammt, hier ist nix drin. Komm schnell raus. Radiation Poison 100. Ich hab... Also notfalls hab ich noch Radiation Pills mit, ne? Oh, warte mal. Ich hab hier die Medical Syringe. Die werde ich mir jetzt... Das ist nur ein Blueprint. Verdammt! Ist doch in Ordnung. Du behältst ihn ja, selbst wenn du stirbst. Aber da vorne ist ein Wolf. Ja, aber ich soll den vielleicht mal lernen. Oh, Wolf kann man mit einem Schuss töten. Oh, okay. So, jetzt ganz schnell. Könntest du mir irgendwas... Nein, zu spät. Na gut, dann bin ich jetzt bei Günther. Du kannst mein Zeug erluten, wenn du möchtest. Und ich... Was hast du denn bekommen? Keine Ahnung, ich hab gar nicht aufgepasst. Die Klamotten brauch ich jetzt nicht. Höchstens Pfeil und Bogen. Dann... Guck ich mir unsere Häuser nochmal bei Tag an. Ja. Ich komm dann auch gleich zu dir. Also deine Klamotten lass ich da drin. Was ich mitnehme ist die Pickaxe. Oh, die... Die, ähm... Hatchet, die sollte ich mitnehmen. Unbedingt. Aber das ist meine. Ah, ist deine. Meine Güte, kannst du ja beim nächsten Mal verwenden. Also wir machen jetzt auch nur eine Folge. Wie gesagt, eine längere. Damit beim nächsten Mal der Kami dabei ist. Kami! Meine Fackel schmeiß ich weg. Warte mal. Oh, ich... Ich höre einen Airdrop. Ich höre einen Airdrop. Ja, da können wir ja gleich dann offscreen hin. Gut, dann teleportier ich mich ganz kurz zu dir, ne? Ja. Ich behalte den Airdrop dabei mal in den Augen. Ich muss nur überleben. Ja, ich hab... Your teleport was interrupted. Äh... Ja... Nein, mich begreift ein Bär an. Aber es ist in Ordnung. Passt schon. Günther wird mich retten. Sag Bescheid, wenn ich mich teleportieren kann. Jo, warte mal. Äh, okay. Jetzt versuch's mal. Ne, ich hab ihn aus den Augen verloren. Wenn er hier ist, den hab ich hier bei mir. Aber er lässt es irgendwie nicht fallen. Ja, wir sind dann jetzt nicht unbedingt weit auseinander. Aber okay. Ach, da hinten ist er. Oh, das ist aber ein weiter Weg. Ja. Okay, aber du könntest dich jetzt teleportieren, wenn du möchtest. Der Bär ist... Der Sekunde, Stonehenge it. Du... Oh. Blaues Shirt. Irgendein blaues Shirt hab ich bekommen, aber... Yay. Also ich hat's nicht. Ich bin wieder verschwunden. In meinem Inventar. Äh, nein.